Alle, 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 alle Servus. Bei der letzten Ausgabe war ich eigentlich noch ganz gut gelaunt. Zwei Siege im DFB-Pokal weiter, das wichtige Duell gegen Ulm gewonnen, die Spielanlage halbwegs vernünftig, eigentlich auch ein taktisches Meisterwerk, würde ich sagen, gegen Bochum. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe. Ich glaube, vier Punkte aus drei Spielen war zwar knackig gegen die Gegner, aber jetzt haben wir ordentliche Packungen bekommen. 10 zu 0, nee, 11 zu 0 Tore. Und ja, jetzt sieht die Welt gar nicht mehr so geil aus. Oder übertreibe ich da, weil gegen die Gegner war ja eh nichts drin? Du übertreibst da nicht, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich sagen, dass ich gegen Berlin eigentlich auch noch positiv gestimmt war. Also da hast du ja jetzt nicht verloren, weil du die schlechtere Mannschaft warst, sondern da hast du einfach die Dinge nicht gemacht und hättest die Möglichkeit gehabt, den Berliner den Zahn zu ziehen, wenn du einfach nur eine deiner Chancen nutzt und hast dann halt durch unglückliche Gegentore in der Schlussphase verloren, warst aber in meinen Augen auch spielerisch über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und hattest Berlin völlig unter Kontrolle, was ja auch nicht zu erwarten war. Ich habe ja im Discord geschrieben, wenn du solche, also du verlierst solche Spiele als Jan gegen Hertha, auch unglücklich und dann kommt es immer darauf an, wie du im nächsten Spiel die Reaktions zeigst. Wenn du dann noch, wenn du dann gewinnst gegen Fürth, glaube ich, ja, ist die Welt völlig in Ordnung, weil dann hast du das weggesteckt. Wenn du dann aber unglücklich verlierst und ich würde behaupten, in der ersten Halbzeit gegen Fürth haben wir genauso weitergespielt wie gegen Hertha. Wir haben halt ein naives Gegentor gefangen, aber ich glaube, wir hatten am Ende dann 16 zu 3 Torschüsse in die Halbzeit gegangen und hatten echt riesige Chancen, aber halt die nicht reingemacht. Und in der ab der zweiten Halbzeit mit dem schnellen Gegentor, seitdem sind wir gebrochen, würde ich sagen, weil gegen Hamburg war ja überhaupt nichts und ja, genau das, was eben beigetroffen ist, bloß im Negativen, dass wir dieses Spiel unglücklich gegen Hertha verlieren, dann nicht nachlegen, sondern nochmal gegen Fürth verlieren und dann brechen wir ein. Das ist dann leider genauso gekommen. Hätte aber, glaube ich, eine ganz andere Wendung genommen, wenn du gegen Fürth mit 1-0 oder 2-0 oder 2-1 in die Halbzeit gehst. Ja, die Entwicklung ist nicht gut, sieht man ja auch. Gegen Hamburg war dann nichts zu vergleichen eigentlich mehr wie Fürth und Hertha, aber du sprichst es schon richtig an. Also es sind so Lehrgeldspiele leider aktuell, die wir immer machen und absolvieren. Gegen Hertha stimme ich dir genauso zu. Eigentlich musst du da was mitnehmen aus diesem Spiel. Also eigentlich habe ich mich auch geärgert nach dem Spiel, dass du da mindestens einen Punkt mitnimmst. Gegen Fürth kann man dann eigentlich schon von einem verdienten Ausgang sprechen, finde ich. Allerdings war die erste Halbzeit auch sehr, sehr stark. Und gegen Hamburg ist leider alles weg gewesen, was die ersten zwei Spiele, die wir hier besprechen, vorhanden war. Leider, weil ich es jetzt eingangs schon gesagt habe, ist die Entwicklung einfach ein bisschen bedenklich. Und wir belohnen uns nicht, wir haben kein Tor erzielt. Also ja, wenn man böse wäre, könnte man sagen, wir sind in der Liga angekommen. Da gehe ich aber nicht ganz mit, weil es ist ja dann doch vieles Haus gemacht. Wenn wir jetzt mal das Bochum-Spiel ausklammern, hast du gegen Hannover 96 auch am ersten Spieltag. Ja, Ulm, klar, hast du dann gewonnen. Wie wir den da reingemacht haben, weiß ich bis heute noch nicht. Also das war, wie das zustande kam, das hat sich ja Ulm irgendwie selbst reingehauen, das Ding. Natürlich war das gegen Ulm verdient, aber du hast mit Ulm jetzt nicht eine Mannschaft gehabt, die gewillt war, auswärts früh Druck zu machen. Und gegen Hannover hat es sich gezeigt, dann gegen Kräuter Fürth hat es sich gezeigt und gegen den HSV hat es sich dann auch gezeigt, dass wir immer in der Anfangsphase schlafen müssen. Also gegen Hannover 96 war es ja auch die erste Viertelstunde und gegen Fürth war es die vierte Minute oder ja, die dritte Minute. Und dann nach der Halbzeit die vierte Minute, also vier Minuten gespielt in Halbzeit zwei, wo du eigentlich als bessere Mannschaft in die zweite Halbzeit gehst. Und ja, gegen den HSV hat es auch, auf bayerisch gesagt, recht früh gescheppert. Und das hat dann für mich dann schon auch was mit Konzentration und Präsenz zu tun. Und es ist nicht nur Naivität oder Lehrgeld oder was man da schön für Phrasen alles verwendet. Ich meine, gegen Fürth das Spiel hätte ja auch anders laufen können. Sondern ich weiß nicht, was da passiert ist, weil in Berlin haben wir es auch geschafft und die werden definitiv auch oben mitspielen, dass wir hergehen und sagen, hey, wir spielen konzentriert und da haben wir wirklich ansehnlichen Fußball gespielt. Ich weiß bis heute noch nicht, warum Kota nicht schießt und den querlegen möchte. Eine Szene, die mich immer noch brutal aufregt. Das wird ihm wahrscheinlich nie wieder passieren, aber das wären für mich die drei Punkte gewesen. Wenn wir 1-0 in Führung gehen oder zu einem späteren Zeitpunkt die Chancen waren da, 1-0 in Führung zu gehen, wenn ich über den 50-Meter-Schuss von Kühlwetter nach dem Kühlwetter war es. Solche Dinge können auch mal reinfallen. Also wir wären definitiv verdient als Sieger vom Platz gegangen und fangen uns dann so dumme Gegentore in der Schlussphase, wo ich mir denke, das hat die Mannschaft nicht verdient. Aber da war es in meinen Augen noch das klassische Lehrgeld, was du zahlen musst, um in der Liga anzukommen. Wo bei vielen vielleicht einfach noch die Erfahrung fehlt. Aber der Rest, und da muss ich schon ein bisschen früh in der Folge granteln. Ich bin dann zwar immer versöhnlich, aber ich grantel dann trotzdem auch früh. Der Rest ist einfach pure Naivität. Und wenn wir später dann auf das HSV-Spiel zu sprechen kommen, 1 vorweg, das kannst du verlieren. Aber es geht dann schon darum, um die Art und Weise, wie du es verlierst. Ja, Tobi Braun hat ja auch öfters mal angemerkt, in verschiedenen Kanälen, nicht nur im Discord, dass wir kein einziges Tor aus dem Spiel heraus geschossen haben. Auch gegen eben Bochum nicht, gegen Ulm nicht. Und ja, wir haben uns zwar die Chancen erarbeitet, du hast vor allem viel jetzt über Hertha gesprochen. Wo ich am meisten verzweifelt war, war der Schuss von Feed gegen Fürth. Weil ich finde, auch wenn du da das 1 zu 1 schießt und den Flow mitnimmst, kannst du es auch noch gewinnen. Ja, also wir machen die tausendprozentige nicht. Aber gegen HSV haben wir uns, ich kann mich nur an zwei Chancen erinnern. Das war dann in der 70. oder sowas, wo wir dann eh aufmachen mussten, volles Risiko spielen. Aber ja, ich verstehe es einerseits nicht. Wir sind jetzt offensiver. Wir haben eben einen defensiven Bulletsch rausgenommen, dafür einen mitspielenden Ernst Rhein zum Beispiel. Wir haben mit Kota und Bröger zwei sehr offensiv orientierte Außen, die gar nicht schlecht sind. Dann haben wir mit Kühlwetter noch eine neue Option dazugekommen. Bekommen und trotzdem haben wir vorne so elementare Probleme, aber auch auf Kosten unserer Abwehr, die löchrig ist. Also siehst du irgendein Konzept, wie wir dieses Problem lösen können? Weil, soll man wieder auf Fünferkette umschalten zum Beispiel? Ich fand die Aufstellung gegen Bochum ja eigentlich 1a, um jetzt nochmal ein Spiel herzunehmen, das eigentlich jetzt nicht mehr in unserem Besprechungsraum liegt, sondern da haben wir mit Dreierkette gespielt und Schienenspielern. Das fand ich eigentlich mit das beste Defensivspiel unserer Saison bislang. Hätte ich mir vielleicht auch mal gegen HSV gewünscht. Da hatten wir so eine Art Viererkette mit Ziegele-Austen, ungewohnt, ist voll in die Hose gegangen. Da war das Spiel meiner Meinung nach nach 15 Minuten schon vorbei. Und wir haben auch wenig Aufbäumen dann gezeigt. Du hast dir die zwei Chancen schon angesprochen. Und für mich war dann gegen HSV und zweiter Halbzeit gegen Fürth leider halt schon einen Klassenunterschied zu sehen. Und was mir jetzt eingefallen ist, wo du so ein bisschen geredet hast auch, dass irgendwie spielen wir schon wieder diesen Ball von der dritten Liga immer noch weiter. Und da haben wir uns ja auch schon schwer getan, teilweise Tore zu schießen. Nur im Gegenzug sind halt die anderen Teams halt eine Klasse stärker und dann klingelt es halt einfach vielleicht auch ein paar Mal. Ich habe kein Rezept dagegen. Ich habe nicht Trainer studiert und will jetzt auch keine Phrasen raushauen, wie wir müssen uns hinten reinstellen und mauern und vielleicht 0-0 mal erkämpfen, vor allem nicht gegen Münster. Ich glaube, ja, es hilft halt nur, wieder ein Erfolgserlebnis sich zu belohnen im Gegensatz zu Hertha und Fürth. Da muss einfach ein Tor her. Für mich war das ehrlich gesagt zwei Punkte, die mich mega gestört haben. Nämlich, wie schon angesprochen, diese Naivität und dieses Einbrechen im Kombo dann mit Angsthassenfußball. Wenn du schon in Hamburg spielst, hast du ja auch nichts zu verlieren. Wir haben jetzt viel über Hamburg gesprochen. Klar, wir können auch nur über Fürth sprechen, wo du eine Bomben erste Halbzeit spielst und einfach die Chancen nicht nutzt. Aber wie gesagt, ein Tor in der Liga geschossen spricht ja eigentlich schon Bände. Aber wir müssen halt dann auch darüber sprechen, über die Art und Weise und über dieses Einbrechen, was wir ja auch gegen Fürth gesehen haben. Da war ja nach dem 2-0 war für mich der Zahn gezogen und da hat irgendwie keiner mehr an sich geglaubt. Und obwohl wir es in der ersten Halbzeit ja bewiesen haben, dass wir klar die bessere Mannschaft sein können gegen Fürth. Und dann muss man auch ansprechen, dass es für mich auch viel mit Konzentration zu tun hat oder mit Einstellung oder Moral in dem Sinne. Wenn ich sehe, was wir für einen Ball gegen Berlin gespielt haben, da sind ja die Pässe angekommen. Wir haben einen wunderschönen Fußball gespielt. Also das Potenzial ist ja da, aber ich verstehe dann auch die Fans, die kritisieren und sagen, hey, was macht ihr die ganze Woche, wenn kein einziger Pass ankommt im Spiel, auch wenn ein bisschen Pressing der Gegner spielt. Und das hast du in der zweiten Halbzeit gegen Fürth gesehen. Das hast du gegen einen HSV, der sich teilweise ja komplett hat fallen gelassen. Hast du gesehen, dass der Pass von A nach B, von links nach rechts nicht da ist, dass wir kein Seitenwechsel uns zutrauen zum anderen Mitspieler. Und solche Sachen stören mich, weil wir es ja bewiesen haben, dass wir es können. Und dann diese Kombo aus, wir brechen ein, wir kämpfen nicht mehr, wir lassen uns eine Packung geben, weil es waren definitiv drei Tore zu viel. Sorry, also wann sind denn die letzten drei Tore gegen den HSV gefallen? War das ab der 80. oder war das ab der 85. nicht sogar, wo es noch 2-0 stand? Ich weiß nicht mehr aus, wenn ich im Kopf habe, es war sehr, sehr spät. Und das ist einfach nur einbrechen und sich ergeben. Dieser Fight, der mir gefehlt hat, einfach dieses Pressing, was du gegen solche Mannschaften spielen musst. Und gepaart dann natürlich mit der Tatsache, dass du einfachste Pässe dann nicht anbringst, die du gegen Berlin noch angebracht hast. Und ich sehe es jetzt gerade nochmal, 3 zu 0, 76, 4 zu 0, 89, 5 zu 0, 90 plus. So, jetzt ist es auch schon Wurscht-Mentalität. Ja, und da fahren ja trotzdem, wie viel waren dabei, 1.000? Ja, also in Berlin war 1.500, aber da war ja der Kampf nicht. Ich weiß, Hertha, bei Hamburg habe ich keine Zahlen, aber der Block sah schon nach 1.000 aus. Ja, und da finde ich halt... Oder 800 oder sowas. Da muss ich schon sagen, da brauche ich... Ja, ich sage es immer wieder gern, wenn wir später noch zu sprechen kommen, eine Bullish-Mentalität. Einer, der sich halt dann reinhaut und jemanden wachrüttelt und sagt, hey, so geht es nicht. Sorry, aber das fand ich am Enttäuschtest. Da war ich sehr enttäuscht. Nicht nur gegen Fürth nach dem 2 zu 0, sondern dann halt auch gegen den HSV. Nach dem 2 zu 0 ist ja dasselbe passiert. Letztes Jahr haben wir oftmals dann die Spiele noch in der 80. oder 90. Minute rumgedreht. Ich weiß jetzt die Spiele selber nicht, aber ich glaube, wir saßen oft hier und haben dann gesagt, ja, das ist nochmal ein Pfund von uns, dass wir dann nochmal eine Schippe drauflegen können. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals ähnliche Diskussionen hatten, als sich der Fitness-Coach geändert hat. Und jetzt hat man ja den Peintner auch still und heimlich rausmanifriert nach dem Abstieg. Nach dem Abstieg natürlich. Vielleicht ist das auch eine Geschichte. Ich meine, wir sind, glaube ich, bloß auf Platz 16 mit der Laufleistung, was Kilometer anbelangt. Und wenn die Kondition nicht stimmt, stimmt auch oft die Konzentration nicht. Also ich meine, ich glaube, wir kennen es alle, wenn man Fußball spielt, Volleyball oder irgendwas und du bist nicht konditionell fit, dann warst du es mit den Reflexen. Oder du versuchst halt dann irgendwo mal Luft zu schnappen und gehst die letzten drei Meter nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es im Profilevel ist, aber vielleicht gibt man dann halt auch nur 98,5 Prozent und das langt halt dann in der zweiten Liga nicht. Ja, das ist mir ein Peintner. Das war, glaube ich, schon zu einem Halbjahr. Gut, die Statistik spricht jetzt nicht. Da waren sie quasi zu zweit. Also wir haben den neuen Fitnesstrainer schon länger, aber die haben dann das zu zweit gemacht und jetzt ist er alleine da. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich an der Fitness liegt. Ich glaube, die Jungs sind schon fit, die wirken auch schon fit und wir haben ja auch jetzt auch nicht die Spiele in den letzten Minuten verloren. Und wir hatten auch dann schon keine Chancen mehr in den letzten beiden Spielen, die nochmal herumzudrehen. Also Herd da eigentlich auch nicht, weil da fiel das 2-0 dann auch erst ganz zum Schluss noch. Also doch die scheißausfliegen-Mentalität. Das 1-0 fiel ja dann nach der roten Karte gegen Uru Takpa, der uns irgendwie als Typ, finde ich, auch fehlt, der nochmal vielleicht auch durch den Punch reingebracht hat, der gegen Bochum vor allem hat er mir da sehr gut gefallen. Also hoffe schon, dass er auch, wenn er wieder zurückkommt, dass da nochmal ein bisschen was geht von der Bank. Das hat jetzt leider in den letzten beiden Spielen nicht so hingehauen, dass da von der Bank wirklich viel kam. Gegen Fürth schien es mir sogar ehrlich gesagt so, dass da ein Bruch dann kam. Als man unsere Spieler ausgewechselt hat, wie Vieth und Ernst und so, da ging ja kreativ überhaupt nichts. Dann haben wir nur noch nach vorne geholzt. Haben wir auch in der Dritten Liga auch oft dann das Mittel gewählt, die langen Bälle nach vorne, auf Ganaus, Schrägstrich vielleicht Hotman oder so, die dann doch mal abschirmen können. Das hat halt in der zweiten Liga dann nicht mehr so funktioniert. Und gegen Hamburg hat halt auch dieses Aufbäumen irgendwo gefehlt dann. Also ich glaube aber nicht, dass es an der Fitness liegt, sondern ja, kann man schon die Qualitätsfrage auch mal stellen, wenn man jetzt schon an den Ursachenforschung dabei ist. Also wir haben halt einfach auch schon einen bisschen aufgepeppten Drittliga-Kader immer noch. Wir haben in der Innenverteidigung keinen neuen geholt. Wir haben in der Außenverteidigung eigentlich nur bis auf Ochoiski keinen neuen geholt. Achim Bayerler hat gesagt, er vertraut den Jungs. Ich habe es damals schon ein bisschen schwierig gefunden, wirklich so toll ich die Jungs finde und wie sie mag. Und auch, dass sie sich die zweite Liga verdient haben. Vielleicht hat der eine oder andere Reiz, hätte es schon nochmal gut getan, vielleicht in der Innenverteidigung einen und einen in der Außenverteidigung. Hätte ich nochmal vor allem Linksverteidiger, also Brian Heine, Oskar Schönfelder. Weiß nicht, ob das Duo, ja, ob das schon in der Zeitlinie angekommen ist, kann ich jetzt mal ganz kritisch sagen. Und dann, ja, kann man einfach mal diese Frage stellen, in den Raum stellen. Ja, also ich meine, ich habe ja auch am Anfang gleich gesagt, also wenn jemand uns die zweite Liga vermisst, dann sind es die Außenverteidiger. Und die Spiele haben jetzt halt nichts Gegenteiliges bewiesen gerade. Ich wollte gerade sagen, also vor der Saison wurden ja die Transfers zurecht auch komplett gefeiert. Also ich finde mit Bröger, mit Kühlwetter und Co., auch mit Ernsten, Erfahrenen, da haben wir schon gute Transfers gemacht. Aber irgendwie, ja, ich bin dann immer so ein bisschen auf der einen Seite, würde ich gern granteln, auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder versöhnlich. Ich meine, wir müssen trotzdem uns klar machen, wir haben jetzt ja die Brocken zum Anfang bekommen. Also HSV, Hannover, Kräuter Fürth ist auch eine eingespielte Mannschaft. Muss man auch von der Seite sehen. Nichtsdestotrotz geht mir halt dieser Kampf ab, den vor allem Bröger auch gelebt hat. Und wenn ich mir da so dieses HSV-Spiel nochmal anschaue, dann finde ich halt, unsere Kreativabteilung war sehr unkonzentriert. Und da muss ich auch, obwohl ich ihn sehr mag, auf Feed ein bisschen schießen, weil da wirklich die einfachsten Pässe nicht ankamen, es war schlampig. Wir haben gegen, selbst gegen den HSV hatten wir Umschaltmomente, wo wir dann über die Außen gekommen sind. Da war auch Bröger dann mit dem Spiel, der dann hinterlaufen hat. Und dann spitzeln wir den Ball auf die rechte Seite, den du in den Lauf spielen musst. Und den spitzeln wir in den Rücken. Wo ich mir denke, warum nehme ich da nicht die Innenseite und schiebe ihn schön in den Lauf? Nein, ich spitzle ihn mit dem Außenriss rüber. Und da stand es 1 zu 0 noch. Wir treffen sehr oft die falsche Entscheidung, wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Ich glaube, da stand es zwar schon 2 zu 0, aber Ganaus kommt frisch rein. Bröger schafft es mal, über die Außen durchzukommen. Und dann läuft Ganaus hinter seinen Gegenspieler. Hinter seinen Gegenspieler. Also ich meine, wo soll dann Bröger da hinspielen? Du musst dann in die Schnittstelle aufs kurze Eck, damit der den halt flach reinbringt. Und du läufst ihn rein, weil du kannst dich ja nicht da hinter deinem einzigen Verteidiger verstecken. Und solche Kleinigkeiten passieren sehr oft, wo ich mir, ich habe es ja letztes Jahr schon oft gesagt, manchmal fühlt es sich so an, als würden die die ganze Woche nicht miteinander trainieren. Weil teilweise manche Sachen so haarsträubend ausschauen, als hätten die sich in ihrem Leben noch nie gesehen. Und vor allem bei Ganaus fällt es mir auf, da ist es immer mal wieder so. Und ich verstehe es nicht. Also entweder erklärt es ihnen keiner, wie man da zu stehen hat, wie man da zu laufen hat. Sie verstehen es nicht oder sie wollen es nicht verstehen. Ich will noch eine Sache sagen. Ich will mich immer noch über die Szene aufregen. Ich verzeihe Ganaus mit seinen jungen Jahren und seinem ersten Zweitliga-Jahr, dass er vielleicht vom Stellungsspiel dann ab und zu noch nicht immer günstig steht. Und die Laufwege dann vielleicht auch noch nicht passen, wenn ein neuer Spieler dazukommt. Und der eine nicht weiß, was der andere tut. Das kann ich ja noch verzeihen. Aber diese eine Szene, ich weiß nicht, ob es der 1-0 stand. Da stand es noch 1-0, da bin ich mir nahezu sicher. Und wir haben sogar Überzahl-Situationen und müssen nur den Ball nach rechts spielen. Und ich will mich immer nur aufregen. Und ich glaube, das war sogar Fied, der dann einfach den Ball rüber gespitzelt hat, anstatt mit Konzentration in den Lauf zu spielen. Und wir werden durch gewesen. Und sowas regt mich dann auf. Und das war das, was ich anfangs sagte, wo ich gesagt habe, da fehlt die Spannung und die Konzentration. Und dann vielleicht sehen wir manche Sachen dann immer noch ein bisschen zu locker oder zu blauäugig, wo man sagt, genau in solchen Situationen muss ich eigentlich als Profi die Spannung und diese Konzentration haben und sagen, ich spiele jetzt einen vernünftigen Fußball. Und das unterscheidet einen Profi von einem, der vielleicht dann noch nicht so weit ist. Oder zumindest einen Zweitligaspieler von einem Drittligaspieler, wenn wir es so vergleichen wollen. Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, dass unser Faustpfand die Eingespieltheit sein wird, weil wir ja echt ganz kleinen Umbruch nur hatten und uns punktuell verstärkt haben. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich punktuell gut verstärkt haben, aber nicht in der Breite verstärkt. Aber dafür haben wir halt dann die Drittligaspieler behalten, in der Hoffnung, dass sie noch einen Sprung machen. Aber wir wären eigentlich eingespielt gewesen, weil die haben fast alle zusammen in der Drittliga gespielt. Und dann sollte sowas eben nicht mehr passieren, was du gesagt hast. Oder was ich vorher gebengelt habe mit diesem Falsch-Reinlaufen oder so. Aber anscheinend ist dieser Vorteil komplett verpufft. Kurze Werbeunterbrechung, damit ich mit diesem Podcast nicht noch Minus mache. Weil mit dem Floh war ich nach der Aufnahme noch in der Stadt ein Saufen und es ist ein bisschen viel geworden. Und ich habe mehr versoffen, als diese Werbeeinnahme bringt. Deswegen dringend die Werbung für den Rebest Fitness Club in Regensburg mit dem Codewort 1889FM. Oder Jahn-Podcast bekommt ihr beim Abschluss nicht nur ein vergünstigtes Abo, sondern auch noch zwei Sitzplatztickets für ein Jahn-Spiel. Ihr könnt wie immer per WhatsApp-Kontaktformular oder Telefon euch einen Termin beim Rebest Fitness Club machen. Das Ganze erstmal anschauen, Probetraining. Wie ihr wollt, alle Informationen dazu in den Shownotes auf 1889FM.de oder ihr sucht im Internet nach dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Dann werdet ihr auch fündig. Jetzt geht es weiter in der Folge. Ich hatte gerade auch ein bisschen Fällerspecks an die Drittligasaison, als du davon erzählt hast, dass die alle nicht so aufeinander abgestimmt wirken. Ich finde, diese Diskussion haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon öfters geführt. Gerade in der Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist, so ab Frühling. Hat mich jetzt total daran erinnert und da haben wir auch schon diskutiert, sollte man vielleicht nicht mit nur einem Stürmer spielen. Weil unser System wirkt immer so ein bisschen und das wirkt auch schon wieder so bei Kühlwetter, dass die Sturmspitze immer total in der Luft hängt. Kühlwetter läuft zwar und macht zwar und kämpft zwar, was ja naturell ist, aber er kommt eigentlich gar nicht wirklich in die Abschlüsse rein. Weil Kota ist eigentlich der einzig Gefährliche aktuell gerade bei uns und alle anderen mühen sich ab, aber kommt nichts bei rum. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht sollte man auch mal über einen personellen Wechsel nachdenken, einen Anreiz setzen. Weil wir haben jetzt eigentlich schon bis auf die Defensivriege immer dieselbe Offensivaufstellung gehabt, Startaufstellung. Wir haben immer dann, klar, ab der 60. noch so gewechselt, aber täte uns vielleicht nicht auch mal eine Umstellung gut. Ich habe mir immer zum Beispiel gedacht, Viet und Ernst spielen eigentlich so einen ähnlichen Typ. So ein bisschen einen Sechser und einen Achter und Zehner zugleich. Sind das nicht vielleicht einer zu viel? Also wäre es nicht vielleicht besser, einen Original-Sechser zu haben wie vielleicht Bulic und dann lieber noch einen Zweiten, der Richtung Offensive geht? Ich weiß, die Positionen bei uns sind auch fließend, aber irgendwo habe ich auch den Eindruck, dass da nicht so viel bei rumkommt aktuell, wie wir spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mal Bröger als Außenverteidiger zurückzieht und dafür vielleicht eine Dreierkette im Mittelfeld hat und vielleicht eben auf einen Außenstürmer verzichtet, aber dafür mit einer Doppelspitze spielt sowas. Also irgendwie sowas, ja. Und Krota kriegt halt alle Freiheiten. Der muss halt dann links und rechts wuseln. Vielleicht wäre es auch mal gut, den von alleine zu lassen, weil unser Spiel halt sehr statisch ist. Du kannst uns ja eigentlich mit Mann-Deckung rausnehmen. Deswegen bräucherst du vielleicht jemanden, der auch mal zwei Leute auf sich zieht, damit jemand anders Platz hat. Wobei ich schon sagen muss, wenn du Bröger dann in der Viererkette rechts hinten spielen lässt, verlierst du wirklich da jemanden vorne. Wir hatten dieselbe Situation damals mit Faber und es hat dann auch funktioniert, als er wieder vorne spielen durfte. Das war ja unter Szenenbegovic dann auch so, dass er dann gefühlt nicht mehr die Mittellinie überqueren durfte. Und wir haben ja dann gesehen, dass dieser Kampf und dieser Speed, was beide haben und auch Bröger hat, dass das dann auch mal ein Unterschied sein kann. Dazu müssen halt die Spieler, die wir haben, auch mal richtig bedient werden. Und dann kommen wir wieder zum Punkt Konzentration bringt eure Pässe an. Ihr habt es gegen Hertha bewiesen, dass ihr es könnt. Klammern wir jetzt mal das aus, dass Ziegele kein rechter Verteidiger ist. Und der hat einen bombastischen Shop in der Innenverteidigung gemacht und war halt rechts außen überfordert. Was aber schon auffällt ist, dass wir von unterschiedlichsten Seiten mit dieser, ja jetzt habe ich auch keinen Bock mehr Mentalität, alle fünf Gegentore, alle fünf kamen über die Außenzustande. Ob es die rechte oder die linke Seite war und auf der linken hatten wir Schönenfelder. Und da müsste man dann vielleicht auch mal ansetzen. Und ich erinnere mich auch an andere Spiele, wo das meiste über Außen passiert ist. In der Innenverteidigung standen wir ja auch gut, aber da ist irgendwie der Wurm drin. Und ich möchte jetzt nicht Ziegele die Schuld geben. Wie gesagt, der musste einspringen. Der Spiel war ja leider noch viel schlechter als Ziegele. Ja, aber klar. Aber das war halt die Tatsache, dass Salah gefehlt hat. Der Gegenführer auch nicht gut ausgesehen hat. Ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, Salah weißt du nie, was du bekommst. Zwischen Genie und Wahnsinn, das wissen wir alle. Und das bekommst du alles immer in einem Spiel. Nichtsdestotrotz, was mir dann einfach fehlt, ist der Kampf und die Leidenschaft, um dass wirklich die Außenspieler in der Offensive mit nach hinten arbeiten und bereit sind, einen Meter mehr zu gehen. Weil wir werden x-mal hinterlaufen oder überlaufen und mir fehlt einfach dieser Kampf und die Ergebnisse. Du verlierst nicht 1-0, du verlierst nicht 2-0, weil du dann aufmachen musstest und auf 1-1 gegangen bist. Du verlierst 5-0, du verlierst 4-0 und wenn man die letzten drei Spiele, wenn man das mal alles zusammenzählt, dann haben wir neun, elf Gegentore bekommen und keins geschossen. Und elf Gegentore, sorry, aber man sollte ja auch bei einem 3-0 in der Verteidigung noch die Anspannung haben, weil eine Tordifferenz kann irgendwann mal auch entscheidend werden. Du hast gesagt, die Außenverteidiger müssen noch einen Meter mehr gehen. Ich glaube, daran liegt es nicht, sondern sie verlieren jedes Mal den entscheidenden Zweikampf, wie Salah gegen führt. Oder sie gehen gar nicht in den Zweikampf. Sie lassen den Gegner bis in den eigenen 16er marschieren, passen, schießen, flanken und der Zweikampf wird nie gesetzt. Und beim Ochoiski, ich habe ihn super gut gegen Unterhagen gesehen. Deswegen habe ich die ganze Zeit drum geschimpft, jetzt wechselt doch mal den Ochoiski ein, jetzt wechselt doch mal den Ochoiski ein, weil der hat doch gegen Unterhagen super gespielt. Okay, aber da waren es halt nur 12-Jährige. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, warum er ihn offensichtlich nicht von Anfang an bringt, weil er macht zwei kapitale Fehler. Ja, also beim ersten Gegentor, da läuft er hin wie ein Irrer, verliert den Zweikampf, dann spielt er den Ball in die Mitte, dann läuft er den Ball hinterher, anstatt dass er sagt, das muss halt jetzt den Außenverteidiger übernehmen. Also läuft wie bei der EU nur den Ball hinterher. Dann kriegt sein Gegenspieler wieder frei den Ball zurück und kann dann sauber reinflanken. Und beim zweiten Mal, muss ich mich jetzt dunkel erinnern, da hat er, glaube ich, einfach den Zweikampf nicht gewonnen zur Flanke. Aber da lässt sich natürlich bei einem von diesen Flankenbällen auch bräunig hinfallen, als hätte er in seinem Leben noch nie einen Zweikampf geführt. Also da war schon wieder kollektives Naivitätsversagen. Schon klar, aber nichtsdestotrotz muss ich trotzdem sagen, wenn das Mittelfeld nicht mit nach hinten arbeitet und der Außenverteidiger hat zwei Spieler vor sich und einer hat den Ball, der kann nur ins Stellungsspiel gehen und die Geschwindigkeit, die die Spieler von HSV haben. Ich meine, lass uns mal ehrlich sein. Was die von der Bank bringen können, da sind 80 Prozent der Liga überfordert, wenn die reinkommen. Das mag schon sein. Und natürlich, wie gesagt, Anspannung und Zweikampfverhalten und alles war grottenschlecht. Aber ich habe auch vermisst, dass man bei 3-0 nicht mehr bereit war, den Meter mehr zu gehen und zu sagen, ich verteidige jetzt noch das 4-0 oder das 5-0. Das war einfach kollektiv die ganze Mannschaft, die sich dann ergeben hat. Und der HSV hat ja nach dem 2-0 gar nichts mehr gemacht bis zur 76. Spielminute. Die sind ja bloß hinten gestanden. Die haben dann nur den Hebel wieder umgelegt, als wir mal zwei Chancen hatten. Dann haben die sich gedacht, okay, jetzt zeig mal euch was. Genau. Und mir geht es da ein bisschen ums Prinzip, weil, ja, ich meine, die Rückrunde letztes Jahr in der dritten Liga hat es ja auch gezeigt, dass dann irgendwie der Knacks da war oder die Gegner sich auf uns einstellen konnten. Jetzt sind wir in der zweiten Liga, es sollte eigentlich ein Motivationsschub sein. Da mache ich mich fit und da feite ich halt einfach bis zur 90. Und gehe halt einen Meter mit zurück. Und das ärgert mich schon ein bisschen, die Art und Weise, wie wir die Spiele verlieren. Weil es sagt keiner was, wenn du 2-0 verlierst oder wenn ich jetzt ein Lied von Beth zitieren darf, die Woche drauf 0-2 verloren, jetzt sagen wir, jetzt ist es schon besser geworden. Na, wir haben 0-5 verloren. Ja, und davor 0-4. Ist nicht besser geworden. Ist nicht besser geworden. Ja, also und genau das regt mich auf. Und das war gegen den HSV absolut vermeidbar. Und auch da hättest du in der Defensive des HSVs, die sind da nicht stabil. Du kannst die schon fordern. Du hast ja auch das 1-1 geschossen. Aber dann gibt es wieder die schönen Redner, da habe ich ganz viele Kumpels, die sagen, ja, wenn das Tor gefallen wäre, 1-1, dann hätten wir ein ganz anderes Spiel gekriegt. Aber sorry, das kann ich nicht gelten lassen. Weil der HSV anfällig ist in der Defensive, aber wir halt einfach diesen Angsthasen-Fußball gespielt haben. Und gegen Fürth nach dem 0-2 haben wir aufgehört zum Spielen. Da haben wir uns hängen lassen. Seit drei Halbzeiten spielen wir einen Angsthasen-Fußball ohne das Gleiche. Aber ich hätte tatsächlich auch gern gesehen, wie der HSV und wir nach dem 1-1 regiert hätten. Aber ich glaube auch nicht, dass wir gewonnen hätten. Aber mir geht diese ganze Situation auf den Sack. Es gibt immer noch nur dieses eine völlig verschwommene Bild mit einer absolut willkürlich gezogenen Linie. Das löst einen Scheißdreck auf. Also entweder ihr macht diesen blöden VR so, wie bei der Weltmeisterschaft mit diesem 3D-Bild und was weiß ich. Aber so glaube ich euch diese Abseits-Situation nicht. Ich glaube sie euch nicht. Ich glaube nicht, dass das Abseits war. HSV-Bonus in Zweifel für den HSV. Alles schön und gut. Und nichtsdestotrotz hast du nicht wegen diesem nicht gegebenen Tor verloren. Und es wird Entscheidungen geben, die fallen dann vielleicht zugunsten zu uns aus. Also über eine Saison gleicht sich sowas immer wieder aus. Niemals. Wir werden immer benachteiligt, das sage ich dir. Krieg mir der schon wieder ab. Der Matze vor der Charles-Hausfliegen-Mentalität habe ich jetzt rausgehört. Und deswegen jetzt mein super Übergang. Heiko Herrlich ist frei. Ist Joe Enochs noch zu halten, wenn die zwei Heimspiele verlieren? Das müssen wir als Boulevard-Podcast auch klären. Ja, ist noch zu halten. Joe Enochs-Kredit ist riesengroß nach diesem fulminanten Aufstieg. Nee, Spaß beiseite. Das wäre natürlich, also wenn es jetzt zwei Niederlagen hageln würde, das wäre natürlich extrem deprimierend. Und ich verstehe jeden, der dann vielleicht sagt, ja, Trainerwechsel als beste Lösung. Aber ich will die Diskussion ehrlich gesagt gar nicht führen, weil mir scheint das dann wieder genauso zu sein wie in der Abstiegssaison. Das bringt doch erst erstmal nichts. Und wir haben jetzt fünf Spieltage und... Ich muss die Sendung füllen, Flo. Wir füllen sie doch aktuell. Wir sind voll dabei. Nee, also mir gefallen diese Niederlagen auch nicht, Art und Weise auch schon dreimal nicht. Aber Joe Enochs ist schon auch ein Typ, der ein Kämpfer ist. Und ich glaube, das Team genauso. Und ich denke nicht, dass wir da jetzt schon die Saison abschenken müssten, geschweige denn über den Trainer groß diskutieren müssen. Das verbitte ich mir jetzt einfach mal, diktatorisch. Das Problem ist halt, dass mit Münster eine Mannschaft kommt. Ich habe mir jetzt nochmal die Tabelle aufgemacht, die schon vier Tore mehr geschossen haben als wir. Und ein paar Tore weniger bekommen haben als wir. Und ich habe mir die letzten Spiele von Münster auch angeschaut. Die spielen schon einen schönen Fußball. Das musst du schon. Also die können in dieser Liga mithalten. Und die haben die Spiele unglücklich verloren. Auch wenn du... Von Ulm waren wir komplett erschrocken. Ja, Absteiger Nummer eins und alles schön und gut. Aber du hast gegen den Klub gesehen. Oder auch in anderen Spielen. Die spielen da mit. Die machen Tore. Letztendlich kannst du kein Spiel gewinnen, wenn du kein Tor erschießt. Und deswegen habe ich schon ein bisschen Angst, was das jetzt für ein Spiel wird gegen Münster. Weil Fakt ist, eine gute Halbzeit reicht uns nicht. Und gegen Berlin war das einzige Spiel, wo ich sagen kann, wir haben zwei gute Halbzeiten gespielt. Und im Pokal gegen Bochum. Da kamen die Pässe an. Das war mega genial. Aber die anderen Spiele, wir hatten immer nur eine gute Halbzeit. Oder eine Halbzeit, wo du sagst, ja die war okay. Ja, gegen Hannover. Ja, hast dir zwei Buden gefangen. Wir haben wenigstens die zweite Halbzeit zu Null gespielt, glaube ich. Oder täusche ich mich. Erste Halbzeit waren beide Tore, ne? Ja. Und ja, eine gute Halbzeit reicht halt in dieser Liga nicht. Aber du kannst in der Liga bestehen, wenn du wenigstens eineinhalb gute Halbzeiten spielst. Ja. Auch wenn du nicht jede Bude machst. Oder wenn du dann einfach den Kampf annimmst und dich nicht ergibst. Und ich glaube nicht, dass das Kondition ist. Ich glaube mehr, dass es dann Kopf und Mentalität ist. Also diese jetzt ist es schon Wurscht Mentalität, die du da angesprochen hast. Und das regt mich halt einfach auf, weil dass sie es können, haben sie bewiesen. Und da werde ich jetzt noch lang dieses Berlin-Spiel mir herholen. Aber jetzt hast du eben die Chance zu beweisen, dass du es willst und kannst. Zwei Doppelheim-Spiele, wenn du da jetzt vier Punkte holst, hast du wieder im Soll. Wenn du jetzt, keine Ahnung, null Punkte holst, hast du natürlich einen absoluten Fehlstart am Fuß. Wenn du jetzt zwei Punkte holst und zumindest Münster hinter dir lässt, ist es so lala, aber besser als nix. Besser als Hinschießen, sagt man ja immer. Aber ja, ich hoffe, ich kann es auch als Sendungstitel nehmen, aber die Doppelheim-Spiele müssen es jetzt richten. Ich habe jetzt die Zuschauerzahlen oder die Verkaufszahlen. Gegen Lautern sind zumindest schon die Sitzplätze oder die West ausverkauft. Ich glaube, Ost haben sie noch gar nicht aufgemacht. Aber gegen Münster sieht es schon wieder sehr schleppend aus. Es könnte schon wieder so ein, auch dieses Publikum hat wenig Lust auf dieses Spiel sein. Gegen Kaiserslautern kann es ja sein, dass Kaiserslautera diese ganzen Sitzplätze geholt haben. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Hand malen, aber ja, ausverkauft wird es wahrscheinlich in beiden Spielen nicht sein. Aber das war jetzt schon immer so, da brauchen wir nicht diskutieren. Nein, aber eher so, haben wir alle Bock überhaupt auf dieses Münster-Spiel? Also meine Vorfreude ist nicht sehr groß. Ich hoffe, die Mannschaft hat mehr Bock als ich. Also ich finde, wir haben schon Druck und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Aber mein Gott, das ist halt Zweite Liga. Ich meine, was haben wir erwartet? Also ich hoffe nicht, dass alle erwartet haben, dass wir so eine Saison hinlegen wie beim Aufstieg davor, 17, 18, wo wir halt dann doch irgendwo überrascht haben und Platz 5 erreicht haben. Mir war schon klar da, dass diese Zweite Liga knüppelhart wird. Das ist eine andere Zweite Liga als damals. Das sieht man ja auch irgendwo an den Spielen. Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Die Aufsteiger tun sich mega schwer. Wir liegen ja immer noch vor beiden Aufsteigern. Wir liegen vor Braunschweig. Und das ist, und wir liegen vor Darmstadt, also wir sind nicht auf den Abstiegsplätzen immer noch, obwohl wir eigentlich eine schlechte Bilanz haben. Also das ist schon so eine Zweite Liga, wo wir uns im letzten Drittel irgendwo behaupten müssen. Und ja, gegen Münster ist der Druck da. Wenn wir da verlieren, schaut es ganz schlecht aus. Aber ich glaube auch, dass es ein anderes Spiel wird als es gegen Hamburg, gegen Fürth auch. Ich glaube, das ist schon ein Spiel, da wir wirklich auf Augenhöhe sind wieder. Also ich sehe da auch gute Ansätze bei Münster, wie der Matze schon gesagt hat. Die spielen echt guten Fußball. Aber ich hoffe insgeheim schon so, dass es so wie gegen Ulm wird, dass wir da vielleicht in der einen oder anderen entscheidenden Situationen doch einen Qualitätsunterschied nochmal haben zu Münster. Auch wenn die für mich in der Abwehr verwundbar sind zum Beispiel. Also ich glaube, da könnte schon was gehen. Die Frage ist halt, wie verwundbar sind wir? Weil die haben ja auch so ein paar gute Spiele nachgelegt. Die haben jetzt noch von Holstein Kiel einen ausgeliehenen Stürmer. Also da dürfen wir uns natürlich jetzt nicht ins Boxern jagen lassen. Und ich hoffe, die Jungs können es abstreifen. Es wird ein anderes Spiel werden. Davon gehe ich stark aus. Gegen Kaiserslautern will ich mir noch gar nichts ausmalen. Ich weiß nicht, den habe ich noch nicht so durchschaut, was das jetzt eigentlich ist mit Anfang bei denen. Also eigentlich qualitativ ist das... Wann verliert er endlich die Mannschaft? Vom Kader, ja. Oder, keine Ahnung, erlaubt sich andere Dummheiten abseits des Platzes. Na, also von der Qualität her ist Kaiserslautern eigentlich schon so ein Regal über uns. Die haben einfach einen ganz anderen Kader. Die haben Elwedi zum Beispiel geholt. Und der spielt bei denen jetzt nicht mal eine überragende Saison, aber alleine schon ein Qualitätsunterschied ist da, glaube ich. Und vielleicht verliert er bei Anfang da so ein bisschen schon mit seinen Mätzchen auch ein bisschen das Team. Ich hoffe es ja insgeheim, dass die jetzt vielleicht nochmal ein Spiel verlieren. Und dann gegen uns daheim schauen wir, glaube ich, ja, auch wenn wir nochmal anders aus, dann das Hintertreffen haben. Also ich möchte nochmal sagen, dass wir die einzige Mannschaft sind, die einen Bundesligisten aus dem Pokal rausgekaut hat. Und Bochum, klar, die haben traditionell, ist ja da schon irgendwie in deren Bibel festgeschrieben, dass die ein Fehlstart, dass die einkalkuliert ist. Nichtsdestotrotz sind wir die einzige Mannschaft, die einen Bundesligisten rausgehauen hat. Das hat kein anderer Zweitligist geschafft. Der es mit einem Bundesligisten zu tun bekommen hat. Das hat kein Drittligist geschafft. Also das musst du schon auch dazu sagen. Und meine einzige Hoffnung ist, ich erinnere mich, weil du es angesprochen hast, immer noch an die erste Zweitligasaison nach dem Aufstieg, nach dem letzten Aufstieg. Da war es, glaube ich, auch der fünfte Spieltag, als das Eis gebrochen ist. Da haben wir unglücklich die ersten vier Spiele, davon können wir jetzt nicht reden, aber unglücklich die ersten vier Spiele verloren. Und dann ging es nach Ingolstadt. Und dann haben wir 4-2 gewonnen. Und das war einfach so ein mega geiles Spiel, wo ich mich so gern dran erinnere. Und wenn ich mich nicht täuschen, müsste das gegen Münster jetzt auch der fünfte Spieltag sein. Liege ich da falsch? Keine Ahnung. Du meinst also, Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Sechste, sagt er. Sechste. Ja, fünfte gegen HSV, das klammern wir jetzt aus. Aber dann ist halt der sechste Spieltag. Und vielleicht können wir einfach diese Mentalität wieder zurückgewinnen. Auch wenn nur 6.000, 7.000 im Stadion sind. Nein, es werden mindestens. Ich glaube, es können gar keine 6.000 mehr werden, weil 5.000 Dauerkarten, also 8.000 wären es immer. Ja, lass es 8.000 sein. Aber dass dann einfach dieser Fight wiederkommt. Wir haben es doch bewiesen. Gegen Berlin. Wir haben es bewiesen. Gegen Bochum. Wir haben es in der ersten Halbzeit gegen Fürth bewiesen. Wie wir die Chancen nicht reinmachen können. Ich meine, drei Dinge kriegt keine andere Mannschaft verteidigt. Das waren unglückliche Umstände, dass sie das verteidigt bekommen. Natürlich haben wir dann aus Elfmetern am Tor auf den Ball vorbeigeschoben. Und dann ist er da auf der Linie geklärt worden. Alles schön und gut. Und wir brauchen den Bochum-Gepard wieder zurück. Klar, aber die Mannschaft kann es. Die Mannschaft kann es. Den Bochum-Gepard brauchen wir zurück. Natürlich, wir haben auch eine gute Nummer 2 mit Paul Ersbeck. Muss man auch dazu sagen. Wenn du das Testspiel nicht gesehen hast, wie er das Tor gefangen hat. Ja, ja, ja. Das hat er beim HSV auch gehabt. Aber dafür hat er andere... Die Jens-Lehmann-Qualität. Ja, also... Du versuchst mich aber dann auch immer wieder. Ja, lass mal mal so stehen. Ja, ich bin halt der Trolle der Runde. Also wenn ihr zwei so ein auf seriös macht. Ich versuche einfach ein bisschen Positivität reinzubringen, weil Fakt ist, so wie wir die letzten Spiele verloren haben, und da spreche ich halt dann Fürth an und den HSV, so darfst du in der Liga nicht auftreten. Mit keiner Körperspannung, mit nichts auf dem Platz und mit Angsthasen-Fußball. Nee, das so darfst du nicht machen. Du darfst dich auch nach 0-2 nicht aufgeben. Also, ich sehe schon unseren Kader, wenn er fightet, hat der schon die Qualität. Was uns, Entschuldigung, was uns damals auch durch die Saison getragen hat, war eben, dass wir nach einem 3-0 noch 4-3 gegen Düsseldorf gewonnen haben. Sowas hält dich ein Jahr lang am Leben. Ja, oder 2-0 gegen Ingolstadt zu Hause zurückgelegen und 3-2 gewonnen. Aber das waren alle Spiele, da sagt jede andere Mannschaft, ja gut, ist halt vorbei. Aber genau diese Mentalität will ich wieder sehen, weil ich finde, der Kader und die Spielertypen, die wir haben, der hat das Potenzial, diese Mentalität zu entwickeln, aber wir brauchen halt einen, der vorausgeht. Und den will ich halt am Platz sehen. Wer geht voraus? Du hast Bröger und Bulic, ja, und Geipel halt vielleicht doch, aber Geipel und Bulic sind halt schwer zusammenzubringen anscheinend zurzeit, wenn du offensive Akzente setzen möchtest. Ja, aber nach einem verlorenen Zweikampf stehenbleiben, die Schultern hängen lassen, nicht wieder zurückrennen, das habe ich jetzt tausendmal gesehen. Und dann lässt du halt die Defensive auch im Stich. Und die ist dann überfordert, weil zwei Spieler auf jemanden zugelaufen kommen und dann muss man natürlich ins Positionsspiel gehen, kann aber nicht auf den Mann drauf gehen. Und dann beschweren sich wieder Leute, ja okay, der steht und wartet ab und wartet ab. Aber nichtsdestotrotz hatten wir gegen den HSV eine Situation, da war unser ganzer Sechzehner besetzt, der HSV war in der Offensive, da ist drei Minuten nichts passiert. Der HSV-Spieler ist alleine, ich weiß nicht, wer es war, mit dem Ball da gestanden und hat sich überlegt, was mache ich, was mache ich und hat so ein bisschen angetäuscht. Da ist keiner drauf gegangen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst, da ist keiner drauf gegangen. Aber ich habe schon in Erinnerung, dass es manchmal so war wie beim Fußballspiel von die Simpsons, dass sie sich einfach mal in den Ball hin und her passen mussten und keiner ist drauf gegangen. Und da war eine Situation, ich weiß nicht, welcher Spieler vom HSV das war, die kamen über die rechte Seite, waren am 16. in der Eck, wir waren positioniert, da ist keiner drauf gegangen, der hatte keinen Mitspieler da, der ist einfach nur da gestanden und hat geschaut, was er macht und hat so ein bisschen mit dem Fuß immer rumgetanzelt oder sonst irgendwas. Da ist keiner drauf gegangen, da hat keiner gesagt, den Ball hole ich mir jetzt, ich gehe jetzt drauf. Nee, da hat jeder Angst. Jetzt macht er eine Finte und dann schaue ich alt aus. Ja, und dann ist er wirklich eine Minute lang, drei Minuten waren übertrieben, ja, gebe ich zu. Aber da ist eine Minute lang nichts passiert. Schaut euch das Spiel nochmal an. Also, solche Szenen regt mich auf. Ja, es gibt Spiele, die ich mir gerne im Nachhinein anschauen, aber das HSV-Spiel schaut mich nicht nochmal an. Ja, so eine Grundaggressivität wäre schon nicht schlecht. Es darf nicht überschießen wie bei Uwe Togbach gegen Hertha. Aber war das wirklich wegen Überaggressivität? Ich meine, der datscht halt aus Versehen noch auf seinen Fuß drauf, wenn der unter ihm durchgrätscht. Ich sage jetzt mal, die Bewegung, der Bewegungsablauf war etwas übermotiviert, also er musste wohl schon damit rechnen, dass das irgendwann... Aber wenn, dann hätte er ihn ja vorher schon treffen müssen. Die rote Karte ist ja passiert, weil er eben danach noch aus Versehen auf dem Fuß tatscht. Nicht wegen dem gestreckten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich gegen HSV keinem hingetraut hat, weil jetzt da zwei Spiele vorher eine rote Karte waren. Aber wir brauchen schon so diese Grundaggressivität, weil über das Kreativspiel, über Bierdeckel kann es mir keinen dieser Zweitligisten hier aus, sondern wir müssen schon auch über die Kollektivität, über den Kampf kommen. Ich hoffe ja auch, dass Achim Bayerlorzer, der durchaus mit unserer Zweite-Liga-Erfahrung hat, da vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Ton anschlägt die Woche. Wir haben ihn heute im Trainingsanzug gesehen. Wir nicht. Es gibt Fotos oder Bildmaterial. Nee, aber ich glaube schon, dass er uns daran erinnert, dass wir mit gewissen Grundtugenden in der Zweiten Liga sehr gut gefahren sind, wenn man an diese Zweite Liga denkt. Wenn ich mich auch nochmal zurückerinnern darf, da hat es eigentlich schon bis Oktober gedauert, bis wir eigentlich diese Liga, bis wir da angekommen sind. Wir hatten auch eine Niederlagenserie, wir hatten dann dieses unselige Vokalspiel gegen Heidenheim, wo die Hütte ziemlich gebrannt hat und dann hatten wir halt zwei Heimspiele, wo Wunder, Wunder, mal wieder zwei Heimspiele, wie jetzt, kommen denn zwei Wochen, gegen direkte Konkurrenten, damals auch Kreuter Fürth und Kaiserslautern, die wir halt beide gewonnen haben. Und ab da ging diese Saison so runter wie Butter, ja. Ich will das jetzt fast wieder herbeireden und wünsche mir eine Wiederholung. Ich wünsche mir auch unbedingt eine Wiederholung. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass wir nach dem Paderborn-Spiel hier hocken und null Punkte haben. Dann weiß ich auch nicht, was ich im Podcast sagen soll. Ja, aber Robert, was muss denn in deinen Augen jetzt passieren, dass wir diesen Negativ-Trend, der komplett eingeläutet ist und dass, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass wir die Spiele verloren haben gegen Brocken teilweise. Ja, aber es geht halt um die Summe an Gegentoren, die wir bekommen haben. Was muss deiner Meinung nach jetzt passieren, damit wir das stoppen können? Vor allem müssen wir vermeidbare Fehler vermeiden. Mich hat zum Beispiel gegen Fürth dermaßen aufgeregt, dass ich mit meinen absolut leidenhaften Analysekenntnissen mir die letzten vier Highlights von Fürth angeschaut habe und gemerkt habe, die machen ihre Freistöße und Ecken so, dass sich einer wegschleicht. Der kriegt den Ball hin, der leitet den Ball in die Mitte rein und dann fällt das Tor. Der erste Eckball ist nur weggeschlichen und nicht zurückgekämpft. Aber beim zweiten Eckball fällt das genauso. Und beim dritten Eckball hätte man beinahe noch eins kassiert, aber da hat er den Ball zwar in die Mitte bekommen, da haben wir ihn dann mal wegverteidigt. Aber weggeschlichen hat er sich wieder. Und das hat mich absolut wahnsinnig gemacht, dass du halt solche Sachen musst du einfach im Vorderrein analysieren und die Leute dann zuweisen. Ich glaube, beim zweiten Eckball ist dann auch der Taktik-Coach, der mir ausgefasselt, weil eben, ich weiß nicht, wer der Zuordnung war, ich glaube, Vieth ist einfach nicht an seinem Mann gewesen. Also ich meine, das sind halt solche Sachen, die dürfen nicht passieren. Wenn das deine Manndeckung ist, dann nimm ihn halt, wenn du dafür zugewiesen bist. Dann müssen diese ganz einfachen Tore fallen. Also wie gesagt, dieses Ding von Vieth, das muss rein, das Ding von Cota. Die müssen halt dann einfach mal sitzen, weil von X-Goals her haben wir außer beim HSV-Spiel jetzt gar nicht so schlecht ausgesehen. Also ich glaube, bei Fürth hat man zumindest 3,2 oder so X-Goals. Das ist viel. Ja. Viel. Und da von Null machen ist ja blöd. Es gab diese ominöse Statistik, dass wir nach Ecken die höchsten X-Goals haben, aber halt noch keine Ecke getroffen haben. Außer halt im Pokal, aber die zählt nicht in der Statistik. Und ja, also wir müssen die verteidigbaren Fehler hinten, sowas eben, oder auch der letzte Zweikampf, den Salah nicht verlieren darf. Die Außenverteidiger müssen halt wissen, sie dürfen nicht mit tausendprozentiger Risiko an der Mittellinie den Zweikampf verlieren. Ja, das ist halt, das darfst du einfach nicht machen. Das darf dir nicht passieren als Außenverteidiger. Sowas darf nicht passieren. Und du musst halt mal, ja, deine Chancen blöd gesagt machen, weil von den X-Goals her sind das gute Chancen teilweise gewesen. Und wir versemmeln sie halt dann. Da muss man halt dann auch mal aufs Tor treffen, wenn man alleine schießen darf. Ja. So einfach ist halt dann Fußball am Ende. Aber ich hoffe, dass wir halt einfach auch mal notfalls dann auch mal Sonderschichten eingelegt haben. Und wenn ich das Trainingsbericht heute gehört habe, durch die Blume hat Ernst gesagt, wir haben heute echt lange trainiert. Also wahrscheinlich ist es auch passiert, was ich hier gefordert habe. Ja, da habe ich auch, ich höre mich ja dann auch viel um, wenn ich jetzt nicht moderiere und dann mal die Zeit finde, neben den Jungs im Block zu stehen oder so. Also viele sagen dann auch schon, ja, das siehst du ja schon beim Warmschießen, dass manche Sachen dann Konzentration sind. Ich weiß nicht, wenn man beim Warmschießen dann zehnmal einen Ball am 16er vorgelegt bekommt und man bringt keinen aufs Tor, dann ist es vielleicht, die können es alle, die Jungs. Wir haben auch schon Warmschießen gehabt, da war einer nach dem anderen drin, aber mir fehlt einfach die Spannung. Ich brauche die Spannung zurück. Die Spannung in der Mannschaft und diesen unbedingten Willen, das Bestmögliche rauszuholen und auch bereit zu sein, wenn ein Mitspieler den Zweikampf verliert, dass ich helfe und ich den Zweikampf gewinne. Weil das hat uns ja einmal stark gemacht und diese Mentalität einfach zurückgewinnen, dann passieren Ergebnisse wie 0-4 oder wie 5-0 beim HSV nicht. Also die passieren nicht. Ich bin ja ein großer Fan von Spieltheorie und zum Beispiel der Stefan Karlhammer hat ja damals auch öfters mal unter Merzat die Mannschaft so Schulungen gegeben, wie es mal im Pokern macht. Und man könnte ja sagen, wenn du so spielst wie gegen Hertha, gegen Hertha, dann verlierst du das wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen. Aber in 2 von 10 Fällen gewinnst du es. Wenn du aber so spielst wie gegen Hamburg, verlierst du es wahrscheinlich in 10 von 10 Fällen. Also du hast nicht mal die Möglichkeit, dir so einen Arbeitssieg oder so einen Wahrscheinlichkeitssieg zu erarbeiten. Und wenn du dir eine 20%ige Gewinnchance erarbeitest, sind es am Ende der Saison trotzdem, jetzt muss ich ausrechnen, 20% bei 38 spielen. Also es sind halt dann wahrscheinlich 18 Punkte mehr, die du hast oder nicht hast. Also du musst dir diese 20% Gewinnchance einfach auch erarbeiten und nicht einfach, wie du schon sagst, mit einer Einstellung reingehen, ja Hamburg, da nehmen wir eh nichts mit. Und wenn du dir nur eine 5%ige Gewinnchance erarbeitest, sind es immer noch besser als 0. Ist ja auch bei den Extracted Goals so, wenn du die konstant hochhältst, dann zahlt sich das irgendwann auch mal aus. Also dann ist es nicht immer so wie gegen Fürth oder gegen Hertha, sondern dann gewinnst du auch viele Spiele. Und ich bin überzeugt, wenn wir so spielen wie gegen Fürth, 1. Halbzeit und gegen Hertha, dann gewinnen wir auch gegen Münster. Also Kopf hoch. Easy. Wie ist mit Lautenschlagers Worten zu sagen, wenn wir gegen Diener quinnen, steigen wir eh ab. Ja, aber auch das ist Quatsch, ne? Also, aber ich weiß nicht, haben wir jetzt Hamburg, Fürth, Hertha abgeschlossen? Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam mal in die Tipprunde kommen. Ja, okay. Dann fangen wir mal an. Also, wir spielen jetzt am Sonntag gegen Preußen Münster, dann wieder Sonntag. Zu Hause gegen Kaiserslautern, zwei Heimspiele. Und dann auswärts im geliebten Paderborn. Aber ich kommentiere diesmal nicht, deswegen gewinnen wir es wahrscheinlich. Ja, ich fahre da auch nicht mehr hin. Robert, fang mal an. Ja, ich war letztes Mal so krachend falsch gelegen, obwohl ich wenigstens so noch pessimistisch war. Ich weiß gar nicht, wer hat mit mir aufgenommen. Der hat, glaube ich, sechs oder so Punkte getippt. Und ja, ich sage, wir müssen irgendwie vier Punkte daheim gewinnen. Gegen Paderborn rechne ich mir nichts aus, damit wir irgendwie wieder im Soll sind. Vier Punkte am besten auch gegen Münster gewinnen, damit die weit weg bleiben von uns. Ja, gegen Münster rechne ich mir halt, oder hoffe ich mir auch einen Sieg. Gegen Kaiserslautern, glaube ich, schenkt uns Ragnar Aache drei Tore ein und wir verlieren krachend. Und meine insgeheime Hoffnung ist, dass wir gegen Paderborn mal auswärts überraschen. Und ich bin jetzt ganz kühl und sage sechs Punkte. Wow, das sehe ich tatsächlich im Moment ein bisschen anders. Und ich glaube, wir können uns in der derzeitigen Lage glücklich schätzen, wenn wir diese Big Points gegen Preußen Münster machen. Gegen Kaiserslautern und Paderborn kann ich mir aktuell nichts ausrechnen. Was ich aber sagen kann ist... Ja, aber wenn du doch gegen Münster gewinnst, hast du doch den Schwung, oder nicht? Ja, lass es, ich bin jetzt positiv und sage vier von möglichen neun Punkten holen wir, weil die Mannschaft das Potenzial hat. Wenn sie Bekanntes abruft, was wir jetzt thematisiert haben, es wird definitiv spannend und unterhaltsam auch. Weil, Robert, ich glaube, du bist gegen Münster im Einsatz. Ich bin gegen Münster im Einsatz. Wenn man dann eine Klappchippe kommt, fliege ich aus dem Turmfunk wahrscheinlich. Ja, im All-In-Spiel, in dem selbsternannten All-In-Spiel jetzt am sechsten Spieltag. Also müssen wir jetzt auch mal sagen, okay, was hatten wir für Gegner. Kann auch mal anders laufen wie gegen Fürth. Muss man ja auch mal ein bisschen versöhnlich bleiben. Und ich bin dann gegen Kaiserslautern im Einsatz. Da freue ich mich auch schon. Es war immer eine gute Kompo, wenn wir nicht zusammen moderiert haben, Robert. Ja, wir performen immer noch gut, wenn es eh schon wurscht ist. Stimmt. Ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich möchte ein erstes Fazit der Saison erst nach zehn Spielen ziehen, wie man so schön sagt immer. Und bis dahin... Dann ist ja nächste Folge perfekt. Dann sind es ja dann schon neun gewesen. Zum Beispiel, ja. Bis dahin, also ich finde die ersten fünf Spiele, da weiß ich auch noch nicht genau, wo wir jetzt in der Liga wirklich stehen. Weil wir wirklich auch gute Gegner hatten, also vom Papier her zumindest. Ich hoffe, die nächsten drei Spiele zeigen uns positiv auf, wo wir stehen. Und dann können wir nochmal ein Fazit überlegen, ob wir in dieser Liga angekommen sind oder auch nicht. Bis dahin sind wir noch unter Vorbehalt, finde ich auch. Also die ganzen Spiele, die haben mich da auch mega geärgert, muss ich sagen. Die Niederlagen, vor allem Fürth, vor allem auch Hertha, was unendetig war. Aber irgendwo, wenn man wieder jetzt drei Punkte holt in den Münster oder so, dann bist du eigentlich wieder im Soll sozusagen. Die Kunst wird sein, das einfach abzuschütteln. Also ich meine, die Kunst wird sein, das einfach abzuschütteln. Ich erinnere mich immer noch an irgendeine All-or-Nothing-Folge, wo der zu seinem Quarterback sagt, alles, was bis hierhin passiert ist, löscht du jetzt einfach. Du fängst jetzt einfach wieder von Null an. Das musst du halt können als Profi. Ja, dein Wort in Gottes Ohren. Ich sage, mein Gott, wir haben jetzt drei Spiele und davon sind zwei Gegner. Ich glaube, auswärts Paderborn wird schwierig. Die wollen auch da so ein bisschen oben mitspielen. Die haben auch den Kader dazu, muss man auch dazu sagen. Aber mit den zwei Heimspielen, hallo, ich bin mir sicher, Kaiserslautern ist nicht stärker als Bochum aufgestellt. Und klar hat der Pokal seine eigenen Regeln, alles schön und gut. Aber ich bin mir halt auch sicher, dass Münster hochmotiviert sein wird. Und du musst halt, weil Münster sich endlich mal belohnen möchte, du musst da wirklich dagegen halten. Und das kannst du nur mit Mentalität. Die müssen wir wieder abrufen, dann ist gegen Münster was drin. Ich meine, wir werden alle im Stadion sein und wenn das nicht gut läuft, bin ich froh, dass ich Turmfunk nicht einschalte, weil Robert moderiert. Aber Münster will sich belohnen. Das merkst du schon, wenn du dich so ein bisschen reinliest. Die wollen sich jetzt endlich mal belohnen, weil die wirklich, wirklich gute Spiele gemacht haben. Also, sorry. Und auch ein paar Tore mehr geschossen haben, als wir und auch ein paar Tore weniger bekommen haben, als wir. Klar hatten die jetzt vielleicht noch nicht so die, die, die alle Big Player so in der Liga gegen sich. Wir haben da jetzt schon ein hartes Startprogramm gehabt, das muss man auch dazu sagen. Aber die Art und Weise müssen wir abstellen. Und auch gegen Münster kannst du mal einen Rückschlag haben. Vor allem bei uns in den ersten vier Minuten. Ich sehe das 1-0 vom Wes schon vor meinem inneren Auge. Ja, weil du den Teufel an die Wand malst. Ich sage jetzt mal so, Münster, Pflichtsieg. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bis zur nächsten Folge und bis zum Aftermatch-Talk hoffentlich mit einem glücklichen Robert. Servus. Adios. Alle, 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 alle Vielen Dank.